So Doom 2 Level 8 Nachdem ja das letzte Level wieder dieses ernüchternde Level war, was ich persönlich eines der schlechtesten Level, also naja ich mag es halt nicht Da wird das Level hier zumindest wieder etwas spannender Oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist illegal. Was? Das war's für heute. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, gar nichts. Wow. Was ist ein Enttäuschung? Was soll das denn mit Schindringen? Ok, jetzt kommt es ein bisschen mehr vor. Haben wir uns noch etwas vergessen? Ach, hier ist ein Schalter! Och, nö! So, hat er jetzt einfach geöffnet? Was ist das denn hier? Immer noch nicht. Ah! Ah! Den machen wir doch nicht direkt nebenan, sondern ran gegenüber. Super! Interessant! Ok, da kommen wir noch nicht. Achso, wir haben jetzt den gelben Schlüssel. Und da können wir mit ihm jetzt weitermachen. Ah, komm her! Oh! 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 Oh, oh, oh! Vollidio! Oh! 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 Sehr schön! Das war gut! Oh, dann noch ein Pricky. Ich glaube, ich bleibe lieber doch mal eine Spotschacken in der Hand. Da ist nämlich noch einer. Ich glaube, ich bleibe hier. Oh, 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 oh. Okay, jetzt kommt der Blub dran. Whoa. Okay. Wieder erst recht probieren. Passiert nichts, okay. Schade eigentlich. Was hab ich jetzt getan? Ach so, wahrscheinlich jetzt dieses andere Gittert aufgefahren. Äh, ja. Komm her. Wow, beide getroffen. Ähm. Loll. Die. 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 So, gut, die Frage ist, sagen wir sie bitte schon, nein, kein reingespoort, sehr schuld. Ah, sagte er und starb. Ronny, bleib jetzt legend, was machst du jetzt? Dieter, könntest du aufmachen, das wäre aber doch, du Scheiße. Ja, hier kann man sich besser verstecken. I will eat your fucking babies. Ja, hier geht's. Woah. 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 Okay, haben wir jetzt alles? Was ist da eigentlich? Komm jetzt! Oh! Hä? Wow! Gibt es da noch irgendwelche Munition? Ja, gut, drei Gegner fehlen noch, können alle noch Gegner auftauchen, trotzdem haben wir ein bisschen Munition. Geht es da noch irgendwo in den Tras oder war es das schon? Ah, gut. Okay, lassen wir das damit mal. Das war wohl scheinbar schon. Okay, okay! Bam! Was ist denn für eine... Interessant doch. Die kennen wir für noch nicht. Aber wahrscheinlich wurde die mal geändert, also jetzt abgedatet. Freedom ist ja Work in Progress. Daher auch die Version von Mann. Egal, schon mit V. In dieser Folge. Im Moment.